Darf ich euch denn drauf haben? Ja, wir sind jetzt zum ersten Mal nach der Pandemie hier da auf der Insel Nangu und ist leer bis auf Anita und Harald. Und unser bester Reiseleiter. Er hat extra für uns heute wieder so das Fahrrad bestellt. Und Edi hat auch jetzt die ersten Gäste her, die ersten Gäste, ja. Edi hier. Ist ganz leer. Das ist unsere Insel für uns alleine jetzt. Hier ist es für heute. Wenn ich jetzt so lange, dann bitte ich euch jetzt noch mal wieder. Ich bin so gespannt, ob wir jetzt hier. Wir sind so gespannt, wie ich die Eben und die Eben und die Eben und die Eben. Ich bin so gespannt. Bis zum nächsten Mal.